Sprechen Sie die Person laut an. Wenn sie nicht reagiert, überprüfen Sie die Atmung. Wenn die regungslose Person normal atmet, drehen Sie die Person auf die Seite. Wenn Sie nicht normal atmet oder Sie nicht sicher sind, beginnen Sie mit der Wiederbelebung. Wählen Sie so früh wie möglich den Notruf 144. Untertitelung des ZDF für funk, 2017